Ja, hier weht sie, die Deutschlandfahne. Ja, heute ist November 2020, Saarstedt. Und da habe ich dieses Trafohäuschen entdeckt, von allen Seiten bemalt, strahlende Farben, hier ist so eine Echse oder ich weiß nicht, was das für ein Tier sein soll. Ein bisschen Werbung für die Avacon. Ohne Strom geht ja auch nichts. Könnte ich meine Kamera noch nicht mal laden. Auch von hinten bemalt. Obwohl das ja auch vorne sein könnte, wenn man von diesem Weg auf das Trafohäuschen zugeht. Dann haben wir hier neben eine Birke, die möchte ich eigentlich auch beachten, mit der weißen Rinde. Immer sehr schön, sehr edel, ein edler Baum. Das Wetter für im November, blauer Himmel, warm, eigentlich nicht so passend. Schöner blauer Himmel. Und hier auch sehr schön gelegen, ein Kinderspielplatz. Natürlich 2020 ohne Kinder. Aber dafür sind die Kinder wenigstens noch auf diesem Verbotsschild. Na ja, Verbotsschild kann man nicht so unbedingt sagen. Manche Sachen sollte man auf dem Kinderspielplatz auch nicht machen. Wenn man das solid sieht. Kein Alkohol trinken. Na ja, Hunde sollen an die Leine, ist auch richtig. Keine Musik. Na ja, keine laute Musik, denke ich mal. Müll in den Mülleimer werfen. Beim Spielen einen Helm tragen. Geöffnet, Nutzungszeit von 8 bis 20 Uhr. Und bis 14 Jahre. Also mit meinen 60 Jahren dürfte ich mich nicht auf dieses Drehkarussell setzen. Wäre auch nicht dafür ausgelegt. Also mit den Börsen, deployen, abzureen, abzureen. Für ein kleines Mal. Aber er ist in der Nähe, keine Ahnung, aber er ist in der Nähe. Ich weiß nicht nicht. Vielleicht ist es dazu.